Hi Freunde, herzlich willkommen zur vierten Folge der dritten Episode von Guardians of the Galaxy von Tether Games. So, wir sind hier im Tempel. Wir haben kurz noch eine Pause. Wir sind jetzt noch im Tempel, müssen jetzt ein Lichterrätsel lösen, damit alle Lichter auf die Schmiede fallen, damit diese aktiviert wird. Und somit gucken wir mal, was hier so in Phase ist. Boah, das ist der langen unterwegs, Peter. So, komm, guck's dir an. Wir müssen hinsichtlich einfach nur hoch... Ah, ich hab das Ding vergessen auszustellen. Nein, da diese Benachrichtigungen. Äh, scheiße. Kann nicht hoch? Ach, jetzt kann ich hochdüsen. Hä? Okay, hier müssen wir... Naja, ach so, sind nur zwei Etagen. Wir können da auch drauf landen. Ach, da hinten ist die andere. Ach, jetzt können wir die aus... Ah, ausrichten. Aber wie können wir die kaputte ausrichten? Hm. Okay. Kann ich nicht, ich will gerade sagen, Telefonieren. Der macht mir schon seine Wurzeln, seine Ranken oder sowas halt. Und hält das dann fest. Ja. So. Schön festhalten. Ja, guter Job, buddy. Die Forge wird in keinem Zeitpunkt zurückgezogen. Ich bin Groot. Er sagt, du kannst ihn zuerstören. Ja. Das ist ja interessant, dass Mantis das wirklich... So kann... Richtig. Dann müssen wir mal gucken... ...ob hier irgendwo der Stab oder sowas rumliegt. Angucken, habe ich gesagt. Jetzt bin ich wieder hier, oder was? Aber würde ich mich gerade rollen? Also man kommt immer wieder... ...bei der selben Statue, sage ich mal, hin. Da steht Gamora, so. Einmal runter, bitte. Zing. So, gucken, was er dazu sagt. Okay, wie war das noch? Ach, genau. Richtung Drax. Da ist es noch gerade ein Langgerollt. Hier irgendwo. Hier bei Nebula. Ich dachte, wir können die jetzt irgendwie zur Seite schuppen, oder so? Ja. Ich denke, zuerst zu meiner Frau ist das, was für beide von uns ist. Ich hoffe so. Weil sonst bin ich ziemlich sicher, dass ich die Beleidung habe. Okay, wir können hier... Nicht wirklich rennen. Hey! Ah. Relax. Es ist nur ein Hologram. Ich weiß. Okay, es ist hier an... Ich habe hier vorbeigerollt. Es liegt hier drunter. Ja. Drex. Kann ich telefonieren? Ich kann nicht telefonieren. Wir probieren die gleich vom Hoch zu heben. Ich denke mal, Drex kommt uns gleich zur Hilfe. So. Oh, come on. Ja, dann lasse einfach mal. So. Drex. Ich brauche deine Muskeln. Du kannst sie nicht haben. Sie sind zu mir. Ich weiß, dass sie... Ich brauche deine Hilfe. Ich muss etwas sehr hart aufbauen. Ah. Ich sehe. Du bist weich. Ich werde dir helfen. Drex und Humor ist so genial. Drück, Kumpel. Was? Hey, Rocket. Ich brauche dich, um das Lenz zu holen. Ah. Du bist zu sterben. Das ist nicht auf meiner Liste von Tudus, Pete. Ich bin sicher, dass du einfach wirklich hart aufbauen kannst. Bitte, Rocket. Ich brauche dich. Ja, die beiden wollen das wiederbeleben. Eigentlich sind es alle Kilometer, die es wahrscheinlich nie... Okay. Interessant. Genau dieses Wort ist mir auch durch den Kopf gegangen. Einfach nur interessant. So, können wir unser Raketen-Schiff jetzt wieder... Ich würde das Lenz bekommen, Leute. Ich war einfach... Ich war einfach... Ich war einfach... Ich habe das. Immer noch. Immer noch überhitzt. Vielleicht habe ich das nicht. Okay. Hör auf. Ich brauche, ich brauche alle. In der Leiter. Nein, das wird nicht passieren. Ein bisschen höher. Meine Armüte gehen nicht höher. Ich brauche dich zu tief. Schau dir. Leute, stopp' zu sprechen. Wie ein Baby-Bowel. Schau dir. Nein, das ist mein Gesicht. Ein sehr galtes Baby. Sorry. Hey, was weiß ich über... Was, was du bist, Anatomy? Idiot. bin gespannt was passiert so können wir jetzt wieder runterkommen verständlich jetzt kann es Es ist wirklich Zeit, um zu entscheiden. Oh! Ah! Turn the forge to the left, to destroy it forever. Turn the forge to the right, to empower it, and bring it to its full potential. Okay. Wait, his right or your right? Oh. Hmm. I don't know. What? Let me see. Wow. I can't believe that almost happened. Turn it this way to destroy it. Turn it this way. Yeah, we got it. Turn it to the right, Pete. It's left, Peter. You want your left. Peter, you must turn it left. No! It's right to empower you, idiot. Oh! Yeah. You're right, Peter. I am Grooge! Destroying the forge is the only way we can do it. Don't listen to her. Think of your mom. Think of Lila. I am Grooge. Shut up already! I'm gonna use this! I promise you, I'm gonna die loyalty. If you bring my family back to me. I'm sorry. But this thing is way too powerful for anyone to wield. We gotta destroy it. Thank you, Peter. Sie wird das auch. Hat sie das gesagt gerade? Aber ja, ich hab einfach nur die Sorge, dass wenn man das wiederbelebt, dass die halt alle, ja, als untot wiederkommen. Und das macht glaube ich dann nur noch mehr Schaden. Und wie gesagt, was ist wirklich, wenn Hala das Ding in den Finger bekommen hätte? Was wäre, wenn Thanos damit wiederbelebt worden wäre? You don't know anything about me, lady. Perhaps she has never lost a loved one. She has only killed the loved ones of others. Drax! You don't talk like that to my sister. I will talk to Gamora. In whatever manner I please, robot. I am Groot. Oh yeah? And what would you know about it? You're a freaking piece of wood! The process has begun. You can release it. I am Groot. You can't even communicate on your own. Can't even communicate on your own. I can translate for you every single time. I am Groot! Now you're gonna start. Drax back me up. You are all horrible people. No offense, Drax. But wisdom isn't your strong suit either. Guys, we got company. Hala. Thank you, Peter Quill. Yeah. I never could have found this shrine without you. Eh? And the tracking device jeans are placed on your ship. You know, I didn't think you could get more annoying than that time you killed me. You really suck. Their usefulness has expired. Disposed of them. Oh. Bang! In the sight. Oh. Blutopfer. Oh. 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 We could have been going on the floor again. Oh. Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Auffall, ja. Das wird sein, diesmal würde er uns retten. Die gehen alle in die Spiele rein. Die gehen alle in die Spiele rein. Ahaha, ahaha. Ohohoho. 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 Come on, man, I can't breathe. Haha. Ja, ich würde sagen, jetzt spielen wir da dann rum. Well, ain't that something? Haha, ahi. Große blaue Lady. Not the first time. Ai, 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 ai. Was will Rocket damit jetzt machen? Intrigant. Oh. 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 Ähm. Was soll der Kack? Mentes bewegt bei deinen Arsch und geh zur Seite. Ich bin Groot. Es ist nicht so, wie ich es auf Grunde getan habe. Er hat ein bisschen eine Lernkurve. Oh. Es fängt an zu weinen. Ich wusste es. Ich bin so sorry, dass du so gesehen hast. Oh. Wir sollten das immer mehr machen. Es sieht aus, wie die Jungs könnte ein bisschen Hilfe nutzen. Das wird nicht einfach. Ich hoffe nicht. Double Team. Au. Also die Choreografie ist genial. Echt. Kommt recht spät, was man drücken soll. Oh. Das ist krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm. Eieieieiei. Schön durch die grobe Brust. Und durch die Sicht. Ui. Aber wir haben... Aber wir haben... Wir hatten die doch aber so gedreht, dass sie zerstört werden sollte. Aber er... Ist nicht verwest oder so. Und er stirbt noch mal. Ich sagte, weil wir haben... Wir haben die ja so gedreht, dass die zerstört werden soll. Und da ist... Wo ist die hin? Wo ist die hin? Der Eternity-Forge... ... ist nichts mehr. Ich hoffe, du bist glücklich, Quill. Du hast getan, was du brauchst, um zu sein. Ja. Ja, ich glaube so. Bin... Ich... Ist das Hala? Ja. 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 The dark side of the moon. Ha! Transformers, oder was? Ich sag mal, ich werde gleich nochmal einen Cut reinhauen. ich will keine karte mehr reinhauen kampf mit einem fies legen 80 prozent mehr worte eingesetzt ja auch nicht die meisten also die meisten den sie haben nebula tödliche schwestern wir haben sie doch alle kontrovers und die meisten wolltest du doch wollten setzter schön das hätte ich nicht erwartet alles halle lebe sind immer noch weiterhin das war so wie mehr mehr teaser gibt es nicht oder was mehr teaser gibt es nicht nur das was das wir was bereuen sollen menschen das ist ja echt unfair aber coole episode gewesen vier folgen lang auf jeden fall kurzer wie batman ich habe jetzt nicht fast kaum überzogen immer mal so 2 3 minuten vielleicht aber jetzt nicht wie bei batman mal 8 minuten oder 10 minuten macht nisch ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat wieder Däumchen da lassen schreibt doch ruhig einen kommentar was eure eindrücke waren zur dritten episode von geradezu galaxy schaltet auch beim nächsten bei einem anderen projekt von mir ein wartet mit mir gemeinsam auf episode 4 bis dahin ich bin raus macht's gut tout afterwards wieder wieder Vielen Dank.